Musik Können Erze zingen, kann ein Erzespringen Können Erze klein sein, kann ein Erzosstein sein Aus Hamburg, Gennady Golovkin Ich darf Ihnen beide Boxer vorstellen, die blaue Ecke, 32 Jahre alt 1,78 Meter groß, 72,0 Kilogramm schwer und Profi seit April 2003 Seine Kontas Profi, 21 Kämpfe, 17 Siege, davon 5 durch K.O. und ein Unentschieden Aus Weißrussland, Sergej Komitski In seiner Ecke sein Trainer Michael Mitschleck Die rote Ecke 25 Jahre alt 1,78 Meter groß 72,5 Kilogramm schwer und Profi seit Mai 2006 Seine Kontas Profi, meine Damen und Herren Sieben Kämpfe, sieben Siege, alle durch K.O. Applaus Als Amateur war er Weltmeister 2003 Silber bei der Olympiade 2004 Juniorenweltmeister und 5 Mal Asienmeister Aus Hamburg, aus dem Spotlight Boxing Team Gennady Golovkin Applaus In seiner Ecke sein Trainer Margomet Chaburov mit seinem Erfolgsteam Volker Grill und Christoph Busch Applaus Die Offiziellen dieses Kampfes Punktrichter Arno Pockrand aus Köln Oliver Brieden aus Berlin und Ring- und Punktrichter Manfred Küchler aus Hannover Applaus Sergej Gennady, wir gehen für 8 Rounds Expect a clean fight Listen to my orders all the time Touch gloves now after the fight Good luck to both of you Und Ring-drei-Runde 1 Box Das war's. 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 Das war's.